Und das braucht ein völlig neues Mindset. Du musst einfach auch, gerade mit extern, holen Unternehmen jetzt nicht so gerne rein, zum Beispiel Berater, vielleicht mal für einen Workshop oder so, aber man glaubt, man hat das Thema dann verstanden und man kann es alleine weitermachen und das, was man dann als Ergebnisse sieht. Ich hatte zum Beispiel ein Meeting letztens mit der IT von einem Unternehmen, die hatten ein Intranet, da konntest du nicht drauf zugreifen. Also das Intranet funktionierte nur mit den hauseigenen Rechnern in den Räumlichkeiten und wahrscheinlich musstest du noch so einen halben Handstand machen, damit du da dich einloggen konntest und deswegen hat es auch keiner genutzt. Anstatt das alles über Bord zu werfen, weil alte Technologie, um was Neues zu denken, hat man versucht, dieses alte Pferd immer noch zu reiten, was schon längst tot war. Der Markenrebell Podcast. Spannende Interviews, wertvolle Strategien und provokante Botschaften für Führungskräfte und Unternehmer. Stell dich den Herausforderungen der Digitalisierung und setze als Marke ein Zeichen. Von und mit Markenrebell Norman Müller. Ja, da fällt mir auch direkt eine Podcast-Folge ein, wo du, da ging es um Bildschirme, glaube ich, investiere in dich und nicht in sozusagen Materialien und das man es nutzen muss, weil man ja Geld investiert hat. Das ist dieser Glaubenssatz in allem drin, dass man, wenn man dafür Geld ausgegeben hat, es auch brauchen muss und soll. Muss und egal, ob das abgeschrieben ist oder nicht. Ja, genau. Die Leute, ich war in einem Unternehmen, da erzählt mir der Finanzvorstand, du pass auf, wir haben 5 Millionen investiert in unsere Technologie, Computer, Server, Zeug. Und ich habe gesagt, Leute, was macht ihr da? Ihr habt ein hausinternes Rechenzentrum gebaut. Warum? Arbeitet in der Cloud. Das gibt es doch alles schon. Ihr seid doch keine Softwarebude. Wieso musst du eine Armada von IT-Technikern beschäftigen, die hinten die Patchkabel von A nach B schubsen? Und der hat gesagt, können wir nicht machen. Wir müssen noch vier Jahre warten, dann ist abgeschrieben. Was machst du dann als Berater in der Position? Da gibt es einen Tipp. Du gehst. Du musst gehen. Du musst gehen. Warum? Weil wenn die Unternehmensführung, C-Level, CFO, CEO, CEO, whatever, wenn die nicht begreifen, dass Digitalisierung ein ganz anderes Mindset erfordert, dann musst du gehen. Dann kannst du dieses Unternehmen nicht beraten. Du kannst es natürlich beraten und viele machen das auch, weil sie sagen, ich muss jetzt mal Geld verdienen oder so. Aber du wirst niemals, du wirst dieses Unternehmen niemals transformieren. Du wirst es niemals schaffen, diese alten Strukturen aufzubrechen, weil du sie die ganze Zeit bedienst, weil du akzeptierst, dass diese Technologien noch nicht abgeschrieben sind. Deswegen muss ich jetzt vier Jahre mir überlegen, das ist ja der Witz an der Geschichte, ich muss mir überlegen, wie kann ich mit der alten Technologien das Rennen gewinnen? Und das ist totes Pferd reiten. Sondern du musst knallhart hergehen und sagen, wenn dir das Thema Digitalisierung nicht ernst nimmt, muss ich gehen. Und dann musst du diese Konsequenz einfach auch machen. Also da musst du halt einfach auch gehen. Das ist halt dann ganz wichtig. Und das ist auch wieder menschliche Psyche. Sagt mir, hey, das habe ich alles, das gibt mir Sicherheit. Gibt dieses schöne Beispiel mit Clark Kent und Louis Lane. Clark Kent ist ja im wahren Leben Superman. Und in seiner normalen Welt ist er natürlich ein Redakteur. Da hat er so ein Anzug, Jackett und Krawatte. Und die Krawatte hat ihm Louis Lane geschenkt und alles ist cool. Und so rennt er rum. Aber so wie der aussieht, kann er natürlich keine Menschen aus brennenden Häusern befreien. Sondern der muss sich dann umziehen. Da muss sein Superman-Anzug und sein rotes Cape. Und diese 4.000 Dollar teuren Schuhe muss er ändern und muss diese roten Dinger da anziehen. Und die Krawatte, die er tagtäglich bindet und wo das so in Fleisch und Blut übergangen ist. Und die er so liebt, weil sie von Louis Lane geschenkt wurde. Er muss alles wegschmeißen. Er muss dieses Alte hinter sich lassen, damit er Superman werden kann. Und das müssen die Unternehmen kapieren. Die müssen diesen Change-Prozess hinkriegen. Ja. Da fällt mir immer ein Zitat an von Brenton Burchardt. Einer meiner Marketing-Gurus, sag ich mal. Oder einer, den ich schon länger kenne und viel auch von ihm konsumiert habe. Der gemeint hat, es gibt nur zwei Wege, wie sich jemand oder etwas ändern kann. Entweder du änderst dich von innen heraus, mit der klaren Intention. Oder etwas Externes, etwas Schlimmes passiert und du musst dich ändern. Diese zwei Wege gibt es und sonst nicht. Und das ist so ein bisschen, es zeigt auch so ein bisschen die jetzige Situation mit Corona. Das ist ein böseer, externer Effekt, der sozusagen viele trifft, viele hart trifft. Aber für manche ist das anscheinend notwendig. Schau doch, letztens eine Grafik bei LinkedIn gesehen. Auf der linken Seite Amerika mit Google, Facebook, Amazon und so weiter. Auf der rechten Seite Asien mit Samsung, Tencent, Alibaba. Und dann in der Mitte Europa mit SAP. Und jetzt habe ich doch schon das Buch geschrieben 2018. Digitale Brandstiftung. Steht alles drin. Brauchen die Unternehmer ja nur lesen. So, jetzt kommt dieses Böse von außen, von dem du gerade gesprochen hast, nämlich ein Virus. Und Panne ist das bitte, dass der Coronavirus das letzte und das wichtigste Argument war, für die Unternehmen zu begreifen, was Digitalisierung bedeutet. Viele Berater, unter anderem ich, wir sind ja missioniert. Wir haben ja die Leute versucht zu bekehren und gesagt, hey, das digitale Thema geht nicht mehr weg. Das Internet kann man nicht mehr ausschalten oder so. Wir leben schon in dieser Matrix. Du musst noch eine Software lernen. Du musst noch ein neues Device ausprobieren. Du musst neugierig bleiben. So, und das ist jetzt alles erledigt. Du brauchst nichts mehr. Ich habe auf der Website von Genius Alliance irgendwo geschrieben, wenn du mir diese Fragen stellst, können wir leider nicht miteinander reden. Ja, aber man muss deutlich sagen, ich habe keine Lust mehr zu missionieren. Wer es jetzt nicht begriffen hat, der ist eigentlich schon am Sterben. Das sind die Unternehmen, die werden untergehen. Wenn ich mich jetzt nicht kümmere, wenn ich jetzt noch nicht im Flow bin, dann habe ich ein massives Problem. Es ist eigentlich schon zu spät, jetzt erst damit anzufangen. Ja, sondern du brauchst diese neue Unternehmenskultur, dass du sagst, okay, und damit meine ich nicht gestern fax, heute E-Mail. Das ist nicht Digitalisierung. Ja, sondern das bedeutet, wir stellen alles in Frage. Wir überlegen uns disruptiv. Was zerstört unsere Branche und wir entwickeln dieses zerstörerische Werkzeug selbst und erfinden uns neu. Ja. Also mehr das Mindset, das eigentlich entscheidend ist. Also wie können wir uns neu erfinden mit dem Produkt, die wir in der Vergangenheit produziert haben? Wie können wir das Digitale aufstellen? Ja. Wie können wir neue Einnahmen generieren in der Online-Welt? Ja. Du musst es dir vorstellen können. Das ist eigentlich total banal. Man braucht es gar nicht so komplex machen. Ja, also ein Beispiel, wenn du vor zehn Jahren einen Arzt gefragt hast, kannst du dir vorstellen, deine Patienten digital über eine Kamera und einen Bildschirm zu beraten? Dann hätten viele gesagt, ja, bist du wahnsinnig? Das geht dann nicht. Ich muss die Leute in meiner Praxis sehen. Ich bin auch Arzt geworden, um mit den Leuten zu arbeiten. Ja. Das konnten die sich nicht vorstellen. Heute reden wir über Telemedizin. Da gibt es Apps wie Teleklinik zum Beispiel. Ja. Bei der ich selber mich habe beraten lassen zum Thema Corona. Super geil. Du hast deine Arztbriefe in der App. Du kannst mit kompetenten Leuten reden. Und wenn dir der Arzt nicht passt, dann wechselst du den halt per Klick. Ja. Das ist total witzig. Und das ist das Neue. Weißt du? Und dieses alte Ding, ich kann es mir nicht vorstellen. Und das ist der Master Key. Wenn du dir vorstellen kannst. Ich habe auch Kunden, mit denen rede ich zum Beispiel. Hey, wie sieht es denn aus? Wie viel willst du denn im Monat für dich einnehmen, für deine Firma? Und dann rechnen die immer am untersten Level. Die sagen, naja, gut, ich habe Personalkosten und ich will dann noch ein Leasingauto und so weiter. Und dann kommen die irgendwie so auf Spitz auf Knopf und dann sagen die, okay, vielleicht noch 10 Prozent mehr. Aber was wir brauchen, sind unverschämte Ziele, unverschämte Ziele. Und da gibt es einen coolen Trick. Pass auf, da gibt es einen coolen Trick. Wenn dich jemand fragt, was ist dein Ziel, was ist deine Vision, wo willst du hin, was ist dein Big Picture? Und dann formulierst du das und auf der anderen Seite kommt dann so eine Frage, ah, ist ja interessant und erzähl mal ein bisschen mehr. Wenn so eine Reaktion kommt, dann ist es das falsche Ziel. Dann ist es kein Big Picture. Wenn du eine Reaktion auf der anderen Seite hast, die dann sagt, bist du wahnsinnig? Wirklich? Du willst international gehen? Du willst das Synonym deiner Branche werden? Ja, also du willst Tempo werden für Papiertaschentücher? Oh, krass. Ja, oder Leute, die sich dann sogar vielleicht abwenden oder Leute, die dich auslachen. Dann weißt du, das ist das richtige Ziel. Das ist das Big Picture. Ein schönes Beispiel, was ich immer wieder bringe, ist so die Telefonie. Nimm mal den Marktführer Siemens in der Festnetztelefonie. Ja, das Big Picture von denen war zu sagen, hey, ich mache Festnetztelefonie zu einem Erlebnis. Und dann haben die gebaut und die Hörmuschel zehn Prozent besser gemacht, dass du viel besser hören konntest. Du warst viel besser zu verstehen. Irgendwann war dieses Kabel verschwunden. Du konntest in der Wohnung mit dem Ding frei rumlaufen. Kleine Innovationsschritte, inkrementell, oder wie heißt das? Absolut. Ja, genau. Also so zwei bis fünf Prozent Wachstufe stehen im Jahr. Ist doch cool. Und damit sind die auch gewachsen und damit sind die auch erfolgreich gewesen. Aber sie waren halt nicht die Erfinder des Mobilfunktelefons. Das war Motorola, Marktführer Nokia. Und die wiederum waren nicht die Erfinder des Smartphones. Das war dann Apple. Warum? Weil Apple hatte das Big Picture und hat gesagt, mein Big Picture ist nicht telefonieren. Mein Big Picture ist Kommunikation. Natürlich kann dein iPhone heute auch telefonieren. Aber wie oft nutzten das im Vergleich zu Videochat, Facebook, WhatsApp und so weiter und so fort. Und dieses übergeordnete Big Picture, diesem Leitstern, diesem Leitbild zu folgen, das ist die große Arbeit. Das ist so Teil eines Positionierungsprozesses, den du unbedingt hast im Personal Branding oder auch wenn du digital arbeitest mit Unternehmen. Ja, super. Super spannend. Wobei auch immer auffällt, dass diese großen Innovationsschritte dann nochmal von extern kommen. Also hungrige Unternehmen, die eine andere Vision haben, die sozusagen die bisherigen Leitwölfe infrage stellen. Das ist immer ganz spannend zu beobachten. Ja, die haben natürlich Schnellboote. Also ich habe mal so eine Crew kennengelernt. Das war total abgefahren. Die haben ihre MacBooks auf den Knien gehabt, waren noch vorher einkaufen, haben ein paar Kästen Bier organisiert und haben gesagt, wir hacken jetzt mal am Wochenende eine Branche. Ja. Um also nach dem Wochenende dann eine Woche lang zu testen, ob es angenommen wird. Und das kannst du natürlich in den großen Unternehmen, das kannst du gar nicht leisten. Also man kann jetzt versuchen mit verschiedenen Modellen, das habe ich auch schon gemacht, mit einem Inkubator zum Beispiel so ein eigenes Startup-Schnellboot zu bauen. Ja, aber das hat schon auch eine gewisse Challenge, weil die brauchen eine eigene Kultur und die haben sie im Unternehmen nicht. Ja, und die brauchen volle Rückendeckung durch den Vorstand oder durch die Geschäftsführung und die haben sie oft nicht. Die müssen sich rechtfertigen. Weißt du, also die brauchen volle Freiheit. Die brauchen Geld, was sie verbrennen können. Wenn du sagst, hier habt ihr eine halbe Million oder 10.000 Euro oder was auch immer, dann müssen die das verbrennen dürfen, ohne sich dafür zu rechtfertigen. So, und dann kannst du sowas natürlich machen. Ja. Okay. Ja, es gibt viele geile Projekte. Also viele Sachen, die wir in so unserem Board, vielleicht erkläre ich das noch kurz. Genius Alliance ist quasi wie so ein Pyramiden-Modell konzipiert. Das heißt, der untere Teil der Pyramide ist quasi so unser Network. Das sind alle Leute, die dann Member sind, von uns angesprochen werden, weil sie diese Expertise nachweisen können. Dann können sie aus diesem Network heraus Partner werden. Und als Partner kannst du wiederum andere Partner aus dem Netzwerk empfehlen, bekommst dann auch eine entsprechende Vergütung dafür und kannst an Projekten mitarbeiten. Und dann gibt es eine Senior-Partnerschaft. Das heißt, du machst eine finanzielle Einlage ins Unternehmen. Mit dem Geld wird dann gearbeitet und dann hast du sogar eine Umsatzbeteiligung am Unternehmen. Und ganz oben ist dann das CEO-Founder-Level so einfach mal als Struktur gedacht, dass man durch und durch als Netzwerk mitarbeitet, aber sich auch, wenn man will, voll einbringen kann. Ja, spannend. Und wenn ihr euch so vor Augen haltet, mit wem wollt ihr zusammenarbeiten? Also was sind so potenzielle Kunden oder wer ist es nicht? Also das ist, glaube ich, deutlich geworden. Also Leute, Unternehmen, die nicht an die Digitalisierung sozusagen oder an digitale Produkte glauben, die kommen wahrscheinlich weniger in Frage. Aber was ist so, habt ihr eine Idealvorstellung oder wie ist das? Also ich finde ganz spannende Mittelstand. Ich habe ja jahrelang für Konzerne gearbeitet und was mir nicht so viel Spaß macht, die dürfen natürlich auch anrufen, aber man muss dann gucken, ob man zusammenkommt. Weil was mir keinen Spaß macht, ist, ich will nicht durch diese alten Strukturen durch. Ich habe keine Lust, mit einem Zentraleinkauf zu quatschen oder bei einem Vorstand zu missionieren, der nicht daran glaubt oder so, nur weil der Marketingleiter jetzt gerne mit uns arbeiten wollen würde. Das hatte ich alles schon. Also das ist eher uninteressant. Was ich super finde, sind Mittelstände, kleine mittelständische Unternehmen, so das Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die fit zu machen für die Digitalisierung, dort zu innovieren, tolle Projekte zu schaffen und auf Unternehmerebene so einen Merch hinzukriegen. Zum Beispiel nehmen wir mal das ganze Thema Patientendatenspeicherung in der Gesundheitswirtschaft. Wo findet das statt? Wo steht der Server? Machen wir Blockchain-Technologie, ja oder nein? Ist eigentlich für mich ein wichtiger politischer Auftrag, ist aber in der Politik nicht abbildbar, weil die Kompetenzen fehlen und weil es so viele Digitalprojekte gibt, dass es einfach der Bau des zweiten Berliner Flughafens werden würde. Das heißt, man muss es auf unternehmerischer Ebene machen, mit Investoren zusammen, Business Angels zusammen, Know-how-Trägern zusammen. Viele Unternehmen schließen sich zusammen und bauen das Ding einfach. Solche Projekte zu initiieren zum Beispiel. Also das sind so Zukunftsprojekte, aber dann auch ein Unternehmen einfach digital zu shiften, wirklich auf das nächste Level zu heben. Sowas reizt mich. Vor allen Dingen das auch nachweislich über eine Umsatzsteigerung zu machen. Sorry, ich muss an dieser Stelle ganz kurz unterbrechen, denn ich habe mein VIP-Mentoring-Programm neu aufgelegt. Es heißt, digitalisiere dein Business jetzt. Denn Umsatz kommt von Umsätzen und genau da fehlt vielen die richtige Strategie und ein zuverlässiges System. In meinem VIP-Mentoring lernst du in wöchentlichen Live-Webinaren über einen Zeitraum von drei Monaten, wie du als Experte, Berater, Coach, Speaker oder Dienstleister digitale Geschäftsmodelle erfolgreich aufbaust, mit einem monatlichen Umsatz, den du dich gerade noch nicht traust, laut auszusprechen. In den letzten 20 Jahren habe ich mehr als 1000 Klienten dabei geholfen, ihr Unternehmen digital erfolgreich zu skalieren. Ich habe mit den größten Unternehmen in Deutschland gearbeitet, mehrere Unternehmen selbst gegründet und liebe es als Familienvater mit meiner Lebensgefährtin Katharina und unseren fünf Kindern viel Zeit zu verbringen. Mit der Genius Alliance GmbH habe ich die erste vollständig digital operierende Unternehmensberatung aufgebaut und in dieses Unternehmen ein professionelles Netzwerk mit hochspezialisierten Digitalexperten integriert. Jetzt möchte ich meine Erfahrung direkt an dich weitergeben. Wenn du also mit deinen Umsatzzahlen unzufrieden bist, das Gefühl hast, die Digitalisierung ist bei dir noch nicht angekommen oder du bist erfolgreich und weißt, da geht noch was, dann schauen die Shownotes dieser Podcast-Folge und klicke auf den Link www.genius-alliance.com slash VIP-mentoring. Wir sehen uns, wenn du willst, in meinen Live-Webinaren und jetzt viel Spaß mit dieser Podcast-Folge. Was ich cool finde bei dieser ganzen Aktion, ihr produziert ja auch, also du produzierst ja auch schon Podcast-Folgen über Genius Alliance, obwohl das, sag ich jetzt mal, noch relativ frisch alles ist und wir hatten ja auch eine eigene Folge beim Markenrebell-Podcast, wo wir einfach über das Thema geredet haben. Das finde ich auch super, also man muss auch die Offenheit mitbringen, weil es ist ja noch nicht alles so in trockenen Tüchern sozusagen, aber so einen Podcast als Kommunikationskanal zu nutzen, finde ich auch super spannend, also wie ihr das macht. Ja, man muss einfach versuchen, die PS auf die Straße zu bringen, um die Performance zu haben. Weißt du, ich kenne das noch von früher, da hast du irgendwie ein halbes Jahr gebaut an einer Firma, an einer Brand und dann gab es irgendwann den Launch, den hast du acht Wochen vorbereitet, acht Wochen nachbereitet und so weiter. Ich habe mir vor vielen Jahren schon gesagt, dass ich so nicht arbeiten möchte. Für mich sind Unternehmensmodelle, für mich sind Marken organische, wie nennt man das, Prozesse oder hat das was eher mit einem Organismus zu tun, weil es ja auch mit uns Menschen zu tun hat. Wir leben ja auch, wir entwickeln uns ja auch, wir altern ja auch und ich verstehe das ganze Thema Branding und Digital Business einfach auch als fluiden Prozess. Das heißt, ich kann meine Strategie jederzeit justieren. Ich kann Dinge ausprobieren. Ich liebe es zum Beispiel, mit dem Markenrebell-Podcast und auch mit den Firmen Dinge einfach zu testen. Auszuprobieren, was wird gerade im Markt gebraucht von den Kompetenzen, die wir anbieten können. Da gibt es einmal eine Last auf Personal Branding und dann shiftet diese Last auf einmal zum Thema digitale Businesses, die gebaut werden müssen, weil die Corona-Zeit einfach sagt, hey, Personal Branding is nice to have, aber wichtig ist, wie können wir das monetarisieren? Und jetzt bringe ich diesen Merch zusammen und verändere die Gewichtung in der Kommunikation. Und das ist was ganz Neues. Das ist das, was große Unternehmen ganz schwer können, weil das so ein Tanker ist. Und wenn du so einen Tanker irgendwie wenden möchtest, dann dauert das eine Woche. Also bis sich so ein Shift dreht. Und das kannst du, wenn du ein Mittelständler bist oder ein kleines Unternehmen hast, kannst du das halt viel schneller machen. Und das ist ein Vorteil, den du natürlich nutzen musst. Absolut, ja. Was ich gerne mache, ist zum Beispiel Angebote zu kreieren, also Offer-Pages zu kreieren und zu gucken, ist das interessant? Und dann schicke ich das auch rum und gucke mir an, wie wird darauf reagiert. Also ganz minimalistisch, so prototypmäßig, einfach eine Angebotsseite zu erstellen, wo man dann auch direkt buchen kann und dann zu gucken, was passiert. Also wird das gefragt oder ist das nicht gefragt? Und das gibt mir auch direkt Feedback. Ja, was du gut machst, ist Trust-Building. Weil die Leute werden nicht kaufen, egal wie geil deine Seite ist, wenn sie dir nicht vertrauen. Und das, was du machst, deine ständige Präsenz, das Teilen von Beiträgen, das Kommentieren, du bist die ganze Zeit da. Nimmst jetzt sogar noch Podcasts auf. Also ich habe immer gesagt, so sechs bis sieben Touchpoints brauchst du mit einer Brand, um in den Kaufprozess zu wechseln. Also das heißt, du brauchst sechs bis sieben Kontakte auf einer Website. Und das müssen immer positive Kontakte sein. Also ich gehe auf deine Website, finde dort ein kostenfreies PDF, gib meine E-Mail-Adresse her, aber dieses PDF ist mega cool. Oder ich höre einen Podcast, der hilft mir total. Ich kann sofort umsetzen und bin sofort wieder bei dir. Zweiter Kontaktpunkt. Und dann schreibe ich dir noch eine E-Mail. Du reagierst innerhalb von zwölf Stunden, bist so nett und lieferst mir, also dieses Thema Over-Deliveren, lieferst einfach mir mehr, als ich eigentlich mir vorgestellt habe. Dritter Touchpoint und so weiter. Sechs bis sieben. Dann habe ich ein Vertrauen zu dir aufgebaut, gehe auf deine Website. Du sagst, hey, ich mache eine Masterclass. Werd Member. Hier klicken, bewirb dich, bewerbe ich mich. Jetzt hat sich was verändert. Dadurch, dass jetzt eine Überschwemmung im digitalen Markt stattfindet, weil jeder gerade zu Corona-Zeiten glaubt, seine Passion im Coaching gefunden zu haben oder Berater oder Beraterin werden möchte und so weiter, also sich ein digitales Business aufbauen möchte, kann das jetzt der Kunde nicht mehr so gut dekodieren? Ja, also er kriegt nicht mehr entschlüsselt, ist das jetzt ein seriöses Angebot von jemandem, der das schon seit Jahren macht und sehr erfahren ist oder hat er sich gerade vor zwei Wochen selbstständig gemacht, weil die Webseiten, die da produziert werden, die sind schon sehr professionell. Und die ziehen ja alle Register in Sachen Marketing und Verkaufspsychologie. Das heißt, aus den sechs bis sieben Touchpoints sind jetzt 17 geworden. Und das ist natürlich ein Brett. Das heißt, du musst viel, viel mehr liefern, viel, viel mehr an Content produzieren, dass die Leute auf die Idee kommen, auf deine Website zu gehen und zu kaufen. Ja, und das hat sich massiv geändert. Und ich glaube, das wird in der nächsten Zeit auch noch zunehmen. Also die Erwartungshaltung des Kunden ist noch viel höher geworden. Da ist der Podcast zum Beispiel fast schon eine Selbstverständlichkeit, dass du den in deinem Kommunikationsportfolio hast, neben einem Blog, neben einem Video und Produktion und so weiter. Also das wird, glaube ich, noch eine verschärfte Geschichte geben. Deswegen haben wir auch gesagt, bei Genius Alliance, wir wollen eigentlich so ein Qualitätssiegel dafür sein, dass wenn du mit jemandem aus unserem Netzwerk arbeitest, wissen wir ganz genau, wir können es auch nachweisen, ist auch wichtig, dass diese Person mindestens zehn Jahre die Experten-Schubladen, über die er oder sie spricht, jeden Tag öffnet. Wie weißt du dir das nach? Das sind Referenzen, das sind Kunden, die wir anrufen, Referenzvideos auch von Kunden und das sind ja in der Regel namhafte Leute oder namhafte Unternehmen. Also nicht, wo du sagst, hey Buddy, mach mir mal ein geiles Video, die von Genius Alliance wollen, dass sie das irgendwie nachgewiesen haben, sondern das ist dann auch schon auf professioneller Ebene. Weißt du, das bedeutet, wir wenden uns da auch ganz bewusst an die, die Premium suchen. Vielleicht, um das vielleicht mal als Beispiel ein bisschen plastisch und ein bisschen angreifbarer zu machen, nimm mal den Einsatz von Technologien. Ich habe mit jemandem gesprochen, der hat eine riesige Community und der hat eine Million versenkt, weil er auf die falsche Technologie gesetzt hat. Irgendjemand hat ihm gesagt, hey, pass mal auf, deine Plattform mache ich dir mit dem und dem Tool. Und dann ging das einfach in die Hose, weil die Skalierbarkeit einfach nicht mehr da war. Er konnte keine neuen Member-Bereiche schaffen, er konnte das technologisch einfach nicht mehr abbilden mit diesem alten System. Was muss der machen? Er musste alles drei Jahre später nochmal bauen. Und da gibt es einfach Spezialisten, die dieses vorausschauende Wissen mitbringen und dich auf einer Ebene beraten, die unabhängig ist. Wenn du dich an jemanden wendest, der WordPress kann, ja, was glaubst du, was der dir anbietet? Ja, der sagt, ich bin Programmierer für WordPress und so weiter, der wird dir auf keinen Fall sagen, Typo 3 ist eigentlich die bessere Alternative oder das bessere Konzept für deinen Vorhaben, sondern der wird sagen, ey, ich werde mich da so reinbohren, Hauptsache du arbeitest mit mir, dass wir das mit WordPress hinkriegen. Und dann kommst du irgendwann an die Skalierungsgrenze und sagst, verdammt, ich habe jetzt hier eine Million Menschen in meiner Community und das System kann es aber nicht mehr halten. So, was machst du dann? Und da von Anfang an, und das dann sehen wir so als unsere Aufgabe, unter anderem eben auch deine Investitionen zu schützen, ja, dann lieber mal eine Beratungsstunde investiert, kurz dein Thema geschildert und dann schaust du einfach, was du machen kannst. Das heißt, die Skalierbarkeit ist für uns ein ganz wesentlicher Aspekt. Also Skalierbarkeit in Sachen Technologie, Infrastruktur und Skalierbarkeit auch in Richtung Geschäftsmodell, ja, also nicht diese Zeit gegen Geldnummer, sondern wie kannst du dein Geschäftsmodell so aufbauen, dass es dich nicht braucht. Ja, großes Thema, spannendes, spannendes Thema. Können wir mal eine eigene Folge zu machen. zu digitalen Geschäftsmodellen jetzt, oder? Ja, Skalierbarkeit von Geschäftsmodellen, ja. Sehr gerne, ich notiere mir das direkt. Liebe Zuhörer, wenn der Jakob sich was notiert, dann ist das keine heiße Luft, dieses Gespräch wird es auf jeden Fall geben. Ja, cool, das, ja, so ist es. Genau. Ich mache da keine halben Sachen, ehrlich gesagt. Was ich noch sagen wollte, was ich sehr schön finde, ist, dass ihr sozusagen, das was, die wichtigste Währung im Internet ist das Vertrauen und dass ihr sozusagen eine Vertrauensmarke schafft mit Genius Alliance, um Leuten zu zeigen, hey, passt auf, passt auf diese Sachen auf und geht diesen Pfad oder wir empfehlen diesen Pfad. Das finde ich, das finde ich super. Ja, also ich glaube, das ist ja auch, das ist ja auch was Urmenschliches, ja, und je mehr wir digitalisieren, desto wichtiger oder bedeutsamer ist das Menschsein, ja, und viele haben ja gesagt, vor vielen Jahren, zehn Jahren oder was, gab es ja immer diese, oh, wir werden ersetzt durch digital, wann braucht man uns gar nicht mehr und so, im Gegenteil, das Gegenteil ist der Fall, ja, je mehr wir digitalisieren, uns alleine, was uns die Technologie an Prozessen abnimmt, ja, schafft mehr Zeit dafür, dass ich mich zwischenmenschlich austauschen kann, ja, also wir werden befähigt, uns voll und ganz auf das zu konzentrieren, was wir wirklich machen wollen und wo unsere Kompetenzen und Fähigkeiten liegen, weil die Maschine macht den Rest, das muss ich natürlich auch wollen, ja, also wenn ich mich natürlich als Opfer sehe und sage, ach nee, jetzt muss ich jetzt auch noch ein Tool lernen oder so, ich habe eine ganz tolle Klientin, die ist über 60 Jahre, die sagt, hey, ich will noch mal eine Dell ins Universum hauen, ja, hilf mir, ich lerne das, ja, ich mache das, und das begeistert mich einfach so, sicher haben wir Coaching-Termine, wo die total überfordert ist, wo die einfach sagt, hey, das war jetzt so viel, ich verstehe es nicht, auch Frust dabei ist, aber beim nächsten Mal strahlt ihr über das ganze Gesicht und wir klastern quasi die Komplexität und widmen uns dann jedem einzelnen Baustein, ich liebe das, ja, also ich arbeite so wahnsinnig gern mit Menschen, die einfach, wo du einfach spürst und fühlst, dass die in ihrer Passion unterwegs sind, das ist mega cool. Gut, ich sehe schon, mit Hinblick auf die Uhr, wie kommen denn jetzt Zuhörer in Kontakt am besten mit euch, wo sollen die hin am besten? Also eine super Adresse, eigentlich zwei Webseiten, einmal genius-alliance.com, aktuell ein One-Pager oder wer mehr jetzt über Markenrebell und das ganze Thema Branding und digitale Geschäftsmodelle wissen will, dann natürlich auf markenrebell.de, wir haben auch noch, ich weiß nicht, wann du auf Sendungen gehst mit dieser ganzen Aktion, vielleicht können wir da in den Shownotes einen Link packen, wir haben nämlich eine Masterclass am Start, wir haben die genannt Mindshift Business Masterclass, die startet im Oktober, die mache ich mit der Katharina, meine Lebensgefährtin zusammen, die hat 20 Plätze, wir wollten eigentlich erst nächstes Jahr wieder eine machen, weil wir keine Lust auf diesen Stress hatten, das ist nämlich echt ordentlich Arbeit, aber wir haben so viele Anfragen bekommen, dass gerade der Aufbau eines digitalen Businesses ein großes Thema ist für viele, gerade jetzt in Zeiten von Corona, wo wir auch nicht wissen, zweite Welle, ja, nein, machen wir jetzt im Oktober nochmal einen Start, da können wir gerne einen Link in die Shownotes setzen und wer da Lust drauf hat, gerne melden. Ja, super spannend. Und bei dieser Masterclass ist das dann, wie muss man sich vorstellen, dann wöchentliche Hangouts oder und ihr gebt dann Input und schaut euch aus oder wie, ja? Ja, also wir haben einmal im Monat ein Live-Webinar, wir haben individuelle Coachings, es gibt eine Online-Plattform, auf der ich den Content quasi im Selbststudium mir aneignen, da sind Videos drauf, da sind Handouts drauf, Arbeitsbücher drauf und so weiter, spezielle Podcast-Folgen, spezielle Interviews, gepaart mit, das macht meine Partnerin, Katharina, Persönlichkeitsentwicklung, sie hat da eine besondere Methode entwickelt, die nennt sie The Process, damit kommst du so an deine inneren Potenziale ran, kommst aber auch in die Kommunikation und Beziehung mit anderen Menschen, ist ja wichtig, wenn wir über Kunden oder Mitarbeiter reden, und das kombinieren wir, weil diese psychologische oder psychotherapeutische, dieser Ansatz einfach wichtig ist, um selber deine Marke zu bauen, weil das mit dir zu tun hat, als Mensch, als Persönlichkeit und da ist deine Psyche natürlich maßgeblich, wenn du engste Blockaden hast, dann kann ich dir die geilste Marke geben, dann kann ich dir das geilste Geschäftsmodell geben, es wird nicht erfolgreich sein, weil du dich selbst blockierst, weil du glaubst, dass es nicht funktioniert und das haben wir miteinander kombiniert und da werden wir eine sehr intensive Zeit miteinander durchleben, das geht ungefähr ein halbes Jahr, krass, okay, weil wir wirklich wissen wollen oder sehen, dass nach drei bis sechs Monaten kannst du den Erfolg sehen, ja, also bei manchen geht es schneller, die sind nach vier Wochen sowas von on fire, dass die sagen, wow, das funktioniert, auch da ist Thema Skalierung für uns ganz wichtig in der Masterclass, also wie kann ich mir ein Business bauen, was skaliert, ja, und in der Regel muss man sagen, so im Schnitt kann man sagen nach drei Monaten, ja, dann hast du einen relevanten Umsatz Boost in deiner Company, wenn du mitziehst, das ist immer wichtig, ja, also es reicht nicht, wenn ich begeistert bin oder die Katharina, sondern wenn du natürlich selber Bock hast, selber mitziehst und da Vollgas gibst, dann ist das, dann ist Erfolg nicht aufhaltbar, wir müssen aber ein Vorgespräch führen, weil es ist immer wichtig, wir arbeiten mit Leuten zusammen, die wirklich Premium-Produkte und Dienstleistungen anbieten wollen, weil es ist nicht für jedes Geschäftsmodell ist unser System oder unsere Strategie geeignet, ja, also wenn du zu wenig verdienst an einem abverkauften Produkt oder eine Dienstleistung, dann ist da nicht genug Spielraum, um das zu skalieren und das müssen wir vorher checken, deswegen kann man sich bei uns melden, wir führen ein Vorgespräch, hören, was du vorhast, also entweder in der Gründung oder in einem Unternehmen schon hast und dann boarden wir dich on, genau, also 20 Plätze, die Zeit läuft. Ja, dann, das muss man meiner Meinung nach mit rein, also das können wir gerne in die Shownotes mit reinpacken. Cool, danke, vielleicht können wir da wirklich ein paar Leuten helfen, also ich freue mich vor allen Dingen wirklich auf Leute, die sagen, hey, mir steht das Wasser bis zum Hals, ich muss jetzt wirklich Vollgas geben, wie digitalisieren wir mein Business? Also ich freue mich wirklich darauf, mit den Leuten dann diesen Shift hinzukriegen in sehr kurzer Zeit, deswegen haben wir uns jetzt entschieden, das im Oktober noch zu machen, weil die jetzige Masterclass, die wir jetzt aktuell betreuen, die läuft im Oktober aus, also es geht nahtlos über. Keine Pause für euch. Kein Urlaub für uns. Abschlussfrage, wenn du ein Meeting verlässt, oder ein Meeting verlässt, was ist der Gedanke, den die Menschen im Raum haben sollen über dich, über deine Persönlichkeit? Was sollen sie sozusagen mitnehmen oder mit welchem Gefühl sollen sie rausgehen? Wenn du nicht mehr im Raum bist, sozusagen, wenn du schon draußen bist. Das ist eine coole Frage. Eigentlich mit, also ich fände es schön, wenn sich so ein, weiß nicht, ob man sich da so reinfühlen kann, aber so eine gewisse Dankbarkeit, dass sie das jetzt bekommen haben, befähigt wurden, also dass ich wirklich was dalassen konnte, was gar nicht so sehr mit meiner Person zu tun hat, sondern dass die Leute sagen, wow, also diese Perspektive mega, da habe ich voll Lust drauf oder ich hatte letztens im Meeting, da ging es um ganz banale Sachen, so ein Logo, Name für ein Unternehmen oder so, oder ein Claim und das war einfach nur ein ganz kurzes Meeting, Stunde oder so, da haben wir das entwickelt und dann gehen die Leute raus und feiern das und schreiben mir dann auf Telegram und sagen, ey Norm, wow, das ist so geil, ich habe es meinen ganzen Freunden erzählt, toller Impuls und der konnte nur entsteht, weil man es zusammen entwickelt hat. Also dieses assoziative Denken, was wir hinkriegen, wenn wir Erfahrung haben, also wenn wir sagen, krass, habe ich das schon mal gemacht, adaptiere ich ein bisschen, wunderbar, das fällt uns natürlich in einer gewissen Seniorität im Alter leichter, aber auch dieses Übereinanderlegen von Wissensnetzen, also dass ich zum Beispiel sage, ich bringe meine Erfahrung mit rein, du deine, wir legen das Ding übereinander und dann haben wir auf einmal Ahnung von Astrophysik und keine Ahnung, Branding, weißt du, also wir sind einfach gemeinsam im Wir, ich liebe diesen Satz von dem fantastischen Wir, es gibt kein Ich in diesem Wir, ja, ist cool, es gibt kein Ich in diesem Wir, wenn du wachsen willst, du wächst im Wir, wenn du mit deiner Partnerin, mit deinem Partner in deiner Beziehung wachsen möchtest, dann ist es nicht damit getan, dass du alleine Bücher oder Seminare besuchst zum Thema Persönlichkeitsentwicklung, du wächst nur mit jemandem zusammen in einer Beziehung, in einer Verbindung, ne, genau, und das ist das ganze Geheimnis, also wenn ich raus bin aus dem Raum, sind hoffentlich alle hinter mir befähigt, on fire, voll motiviert und am Ende erfolgreich, weil, können wir auch mal eine Folge machen, bitte, wenn du magst, aufschreiben, Thema Geld, warum Geld für uns so einen, so einen krassen, manchmal auch ungewollten Stellenwert hat, ja, weil, du kannst Geld ja sehen, also ich habe viele, ich habe oft damit zu tun, kann ich diesen Preis wirklich verlangen, ist es das wirklich wert oder überhaupt Geld zu verlangen, weiß ich nicht, ja, so Fragen oder Gehaltsverhandlungen, auch mit Mitarbeitern, ja, motivieren über Gehalt oder über Geld, ein großer Fehler, ja, sondern Geld als Rohstoff zu sehen, ja, zu sagen, ich brauche diesen Umsatz im Unternehmen, um zu wachsen, um Arbeitsplätze zu sichern, um neue Produkte zu entwickeln, um besser zu werden, ja, und nicht, weil ich mich selbst bereichern will oder weil ich jetzt irgendwie noch den größeren Sportwagen brauche oder sonst irgendwas, sondern das wirklich als Rohstoff zu sehen. ja, das ist notiert, aber total von Herzen, vielen, vielen Dank, dass, dass du auch so fleißig bist, also so, so, so umtriebig und, und so, also richtig, richtig cool, ich lerne da auch viel von dir, also diese, du bist eigentlich so mein digitaler Motivations, Motivations-Coach, der, der mich immer wieder triggert und sagt, ey, mach mehr, mach mehr, bitte poste was. Aber ich schreibe dir jetzt nicht, bitte poste mal wieder was, oder? Nee, gar nicht, gar nicht, ich beobachte einfach, was du machst, weißt, und das motiviert mich ja und sage, ey, der Jakob hat schon wieder was gepostet, der hat jetzt schon wieder was gepostet, macht Wahnsinn. Aber, das finde ich ganz cool, digitaler, machst du super vor, also, das finde ich echt, das ist halt Content-Marketing oder Content-Management in Reinkultur, weißt du, wenn du es nicht nur redest, sondern auch drüber, also machst, ja, nicht nur drüber nachdenkst, sondern einfach auch machst. Ja, ich, das ist so, also, das macht mir einfach viel Spaß und ich glaube, das merkt man auch und das ist, glaube ich, das Wichtige und das bringe ich auch gerne anderen bei, das ist so, jeder hat ja eine Bestimmung, warum er hier ist und ich kann mit Selbstbewusstsein behaupten, dass das auf jeden Fall meins ist. Ja. Und genau, genau wie du ja auch deine Nische hast. Ja. also das ist wirklich, du merkst auch, Passion merkst du, ja, und das ist der Treibstoff und wenn du den nicht hast, dann hast du halt einfach, bist du auch noch nicht im richtigen Business, ja, wenn es deine eigene Company ist, wenn du nicht spürst, morgens aus dem Bett springst und sagst, ich habe voll Bock drauf, ich bin on fire, auch wenn es mal schlecht läuft, ja, auch wenn Corona dir vielleicht einen wichtigen, ähm, Geschäftsanteil raubt, weil du auf dem gerade nicht performen kannst, ähm, nimm mal die Speaker-Branche, ja, die Leute, die unten auf den Bühnen rum, die gibt es gerade nicht, ja, was ist die Alternative, ja, also darüber nachzudenken, wie kannst du jetzt da und daraus ein digitales Business bauen und das kann durchaus erfolgreicher sein als das ursprüngliche Speaker-Business, ja, weil das eine kannst du skalieren, während du auf der Bühne ja nur eine Stunde sprichst und für diese eine Stunde bezahlt wirst, ja, im Digitalen kannst du ja ganz andere Hebel benutzen. Ja, da wären wir wieder beim Thema digitale Geschäftsmodelle, ich glaube, ich glaube, da bahnt sich eine Folge an, ich habe auch jetzt schon direkt ein paar Fragen, das könnte man ja tatsächlich so branchenweise sozusagen runterbrechen und da gibt es auch gute Modelle, also digitale Geschäftsmodelle, wie das umgesetzt werden kann. Ja, das ist spannend, ja. Cool. Du, wir packen noch in deine Show Notes so ein E-Book mit rein, da packen wir einfach einen Link mit rein, kann man das E-Book kostenlos runterladen zum Thema Personal Branding, ich glaube, da gibt es auch nochmal ein paar Impulse, einfach auch eine Zusammenfassung, weil dieses Entwickeln hat ja immer was damit zu tun, du stehst vor so einem Knäuel, jetzt erzählt der Typ da irgendwas von Personal Branding und digitalen Geschäftsmodellen, aber wie fange ich ihn an und dieses Entwickeln, diesen Faden aus diesem Knäuel rausziehen, können wir so ein bisschen supporten über so ein E-Book, ja. Ja, sehr gerne. Gerne, gerne. Packe ich alles mit rein. Cool. Super, ich bedanke mich enorm für die super Zeit, für das super Interview. Sehr gerne. Danke dir. Ich lerne auch immer extrem viel und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Zuhörer auch sehr viel mitnehmen. Ja, dann Dankeschön und bis zum nächsten Mal. Cool, bis zum nächsten Mal. Danke, Herko. Bis dann. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020